Hallo, was ist dein Name? Mein Name ist Yannick. Hey Yannick, ich bin Ralf. Ich werde heute mit dir zusammen zusammen. Willkommen zu Skydive Taft. Wie fühlt ihr heute? Ich bin ein bisschen aufgeregt, ein bisschen nervös, aber es wird bestimmt ganz geil werden. Was ist der Grund für diesen Job? Ich würde es einfach mal erleben. Ich glaube, es wird ganz gut. Okay, es wird Spaß, oder? Auf jeden Fall. Erinnerst einfach alles, was wir in der Mitte gesprochen haben. Ein tolles Herz für mich. Ein Schmerz für diese Kamera. Wir haben Spaß, okay? Sie werden das schon ansehen. Ich glaube, es wird ihnen auch gefallen. Wir sind ja auch schon anaufgeregt. Was hat er gesagt? Wir sind doch auch schon anaufgeregt. Nähneggen Es ist doch so anaufgeregt. Wir sind günstig. Wir sind sehr allein. Wir sind so anaufgeregend. Also sollen wir rausgehen! Wir machen sich nicht in der Mitte, wir schauen, was wir in der Mitte die Welt kommen. Wir fragen, dass wir nur ein paar Wiener sitzen? Wir machen uns noch einen Raum aus-Karte. Untertitelung. BR 2018 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 YouTube, Facebook, everything. Yeah. Thank you so much, guys. Hope you enjoyed as much as I did. Skydive Taft. See you guys in the sky.